Jo, was geht meine Freunde? Hier ist Simon Desi und einige von euch haben schon mitbekommen auf Twitter und ich kriege auch ständig wieder die Frage, was ist YMG? Ihr müsst euch das so vorstellen. Ich mache jetzt Videos seit einigen Jährchen auf YouTube, schon lange, sag ich mal. Ihr kennt das ja, man hat eigentlich immer so ein Wort oder ein Name für die Zuschauer. Also viele sagen Fans, ich sehe euch jetzt nicht als Fans, sondern eher so als Family. Deswegen habe ich euch jetzt zu einer Gang gemacht. Also es hat lange gedauert und ihr habt auch immer gefragt, wie nennt ihr es eigentlich und haben wir auch einen Namen? Ich habe euch nie einen Namen gegeben, weil ich das nicht so als Fan-Ding haben wollte zwischen uns. Deswegen ist es jetzt einfach so, dass ich eine Gang gegründet habe, die YMG, Young Movement Gang und ihr könnt selber entscheiden, ob ihr dabei sein wollt oder nicht. Es ist jetzt keine Gang, die jetzt irgendwie auf der Straße geht und rumschießt mit einer AK-47 oder so. Ich stelle euch das so vor, dass wir so eine Internet-Gang sind. Also so eine Internet-Crew, so eine Squad, einfach so. Um ganz kurz zu verstehen, warum ich das tue mit einer Gang und dem Zusammenhalt bei uns. Ich habe vor circa anderthalb Monaten oder so, da vielleicht auch schon zwei, mal was bei Ikea bestellt. Und wollte es zurückgeben und mir wurde gesagt, es ist auf keinen Fall möglich, das zurückzugeben. Und ich muss dann minimum einen Monat warten. Rufe da an am Telefon. Dreiviertelstunde irgendwie in der Warteschleife gewesen. Voll lang gewartet und alles affig und blöd. Und die sagen mir, ist nicht möglich und so weiter. So eine Scheiße halt, ne? Dann habe ich ein Video gemacht, mich darüber aufgeregt, das einfach geteilt auf Facebook. Und ihr seid so abgegangen, ihr habt so Kommentare untergeschrieben und es war so krass, dass Ikea Deutschland davon mitbekommen hat. Und komischerweise nach 10, 15 Minuten habe ich den Anruf bekommen von Ikea und sofort einen Termin für zwei Tage später, wo mir das wieder abgeholt worden ist. Daran können wir so, also daran habe ich erkannt, dass da mehr ist. Weißt du, wir können, also wir zusammen können was offline auch reißen. Also wir machen einfach im Internet ein bisschen, wir haben unser Ding da, mach einfach so und wir reißen zusammen offline was. Ihr, also ihr habt sozusagen mir geholfen, dass ich meinen Scheiß losgeworden bin, was ich, was eigentlich ich hätte, nicht hätte loswerden können. Wisst ihr, ich weiß, ich, ihr seid da. Und das brauche ich wieder. Das ist dieses, wo ich weiß, ey, lasst uns zusammen das Ding durchziehen, lasst uns eine Gang machen, YMG. Und das ist so das Ding. Und ich habe mir natürlich gedacht, so viele von uns chillen im Internet, meistens langweilig. Deswegen machen wir halt YMG-Flashmobs im Internet, also einfach so zum Beispiel lassen einen komplett bescheuerten Hashtag auf Twitter-Trenden, so auf Platz 1 oder so, der keinen Sinn macht. Oder zum Beispiel schreiben ein Hashtag, Vienna loves Ketchup. Irgendwas, wisst ihr, was ich meine? Und das geht dann so, weil alle das posten, geht das dann so ab, dass Vienna sogar schon darauf antwortet. Wisst ihr, was ich meine? Das sind einfach so Dinge, die wir im Internet abziehen, weil wir Bock drauf haben. Das macht vom Ding an keinen Sinn, aber wir haben Spaß dabei. Versteht ihr? Das ist YMG. Und es ist egal, ob ihr 9 seid, ob ihr 12 seid, ob ihr 17 seid, ob ihr 23 seid, egal ob Junge, Mädchen, Mann, Frau, scheißegal. Wir sind einfach eine Gang, wir halten zusammen, wie es halt ein Gang macht. Das ist YMG, Young Movement Gang, wir zusammen bewegen was. Deswegen auch Young Movement Gang. Movement bedeutet halt Bewegung, wir zusammen. Versteht ihr, wie ich meine? Also, wenn ihr dabei sein wollt, das ist natürlich das Normale, sagt man ja, wenn ihr dabei sein wollt, müsst ihr das und das machen. Aber nein, ihr müsst eigentlich nichts tun, außer mit dem Kopf dabei sein und denken, ja, ich bin ein Teil von YMG, von diesem Ding im Internet, wo ganz viele Fremde, die ich eigentlich vielleicht nicht kenne, auch dabei sind. Aber ich weiß, die sind da und ich weiß, wir sind zusammen. Ich bin euch natürlich ehrlich, es wäre natürlich geil, wenn ihr zum Beispiel, wenn ihr sagt, okay, ich bin dabei bei YMG. Wenn ihr mich supportet, zum Beispiel bei kommenden Videos, wenn ihr hochladet, einfach mal einen Daumen hoch gebt, einfach um mir zu zeigen, ey, ich bin hier, ich bin ein Teil von dir. Oder zum Beispiel einfach Kommentare unter den Videos lassen, weißt du, weil das wird immer weniger allgemein auf YouTube. Deswegen einfach mal Kommentare hinterlassen, weil viele glauben gar nicht, wie oft ich eigentlich antworte auf die Kommentare auf YouTube. Weil, warum soll ich dir nicht antworten? Versteht ihr, wie ich meine? Deswegen, weil, falls ihr coole Kommentare schreibt, ist es gar nicht so unwahrscheinlich, dass ich antworte und irgendwie euer Kommentar lustig finde, drauf eingehe oder wie auch immer. Deswegen wäre es geil, wenn ihr zum Beispiel ein bisschen Kommentare gebt, einfach support, einfach da sein, versteht ihr, wie ich meine? Also Leute, wenn ihr Bock habt, dabei zu sein bei der YMG, bei der Young Movement Gang, dann einfach nicht nur zuschauen und gucken, ob die anders machen, sondern einfach aktiv dabei sein. Sei ein Teil davon und zum Beispiel, lasst uns einfach zusammen Spaß haben, versteht ihr, wie ich meine? Lasst uns auch einfach mal jetzt den Hashtag YMG auf Twitter trennen. Jetzt geht's los, jetzt ist der Beginn von YMG, versteht ihr, wie ich meine? Das ist das Handzeichen von YMG, könnt ihr auch lernen. Wie gesagt, wir sind keine kriminelle Gang, wir sind einfach eine internen Gang, die zusammen Spaß hat. Also, die Ära hat jetzt begonnen. YMG all day, everyday, you know what it is, it's your boy!